Panchanga Namaskarasana ist die Verneigung mit fünf Körperteilen. Aus dem Fersensitz herauskommend, geh auf die Zehenspitzen, dann verneige dich nach vorne und gib die Stirn auf den Boden. Das ist Panchanga Namaskarasana, du hast die Zehen, die Knie und die Stirn auf dem Boden. So hast du eine große Verehrung. Panchanga Namaskarasana ist eine der vielen Möglichkeiten, dich zu verneigen vor Gott, Guru der Erde, der Schöpfung und jedem Menschen.